Wer zählt was? Björn Lüttke Team Rheinangler. Wir waren heute auf Wels und ich habe hier gerade einen tollen Fisch im Drill und der Timo zeigt euch den jetzt mal, weil der ist schon hier am Ufer. Und da kommt er schon, die Mutti. Und ich freue mich euch auch hier die Glasrute von Jensi präsentieren zu können, weil wir haben echt gerade einen schönen Fisch im Drill und euch mal zu zeigen, was die Rute drauf hat. Der Fisch hat gute 2 Meter, die wird er haben. Ich habe auch von Jensi die geflochten Schnur drauf und die Dragon Line 060. Ich habe die neuen Haken drauf von Jensi und haben auch direkt einen Biss gekriegt. Höhle Handschuhe an Sie. Ja bitte. Und hast du ausgemacht? Ne noch nicht. Ne. Höhle Handschuhe.